Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Dieses Mal haben wir hier drei Kekse, alle beide die gleiche. Und dann dürfen wir die mit allem, was hier so ist, gestalten. Und dann dürft ihr auf Instagram oder auch unten in den Kommis abstimmen, welches ihr am besten findet. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir zeigen euch zwischendurch ja mal Zwischenergebnisse, wie auch bei den Mahlchallenges. Falls ihr die nicht gesehen habt, schaut euch die gerne mal an. Ich würde sie auf jeden Fall empfehlen, weil sie sind mega krass. Und ja, dann würde ich sagen, let go! Und wir haben übrigens auch noch eine Jury, die die dann essen wird und uns sagen wird, ob sie lecker sind. Das ist mal der erste Kekse von mir und von der anderen Kanallinnhaberin da. Der erste Keks. Sie macht jetzt das Herz. Ich glaube, ich mache jetzt den Tannenbaum. Hier sind die fertigen Kekse. Ihr könnt jetzt abstimmen auf Instagram. Noch ein paar Stunden läuft da die Abstimmung und dann kommt ein kurzer Short dazu. Und dann sagen wir, wer laut Insta-Abstimmung gewonnen hat. Das Ganze erfährt ihr übrigens auch auf Insta. Und wie gesagt, in einem weiteren Part dazu. Und ja, dann würde ich sagen, beeilt euch schnell noch auf Insta abstimmen zu können. Unser Insta-Account ist übrigens verlinkt in unserer Beschreibung. Aber für die, die es auch nochmal hier genannt haben müssen, er heißt Spielt Sport Spaß. mit unterstrichen Thanks for watching.